Wir haben jetzt 3 Uhr. Wey! Was? Was? Was ist? Ne, wo wir es 3 Uhr schon haben. Ja, und wo ist jetzt das Problem? Ich hab gesagt, boah, mehr hab ich nicht gesagt. Was ist jetzt? Halt! Die verdammte Frustverige. Ist jemand leicht reizbar? Nö. Nö. Ist du 3 Uhr? Das ist voll normal bei uns. Wtf, der baut mich die ganze Zeit. Ich packen, müssen wir noch moppen. Siehst du? Oh, das ist voll lustig. Er brennt. Klei, 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 klei. Ich muss gleich furzen, furzen, furzen. Glaub ich dich verbreiten. Furzen, 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 furzen. Okay. Mann, hast du ihn getötet. Daumen. Daumen. Ein Downy. Block auf Kaul. Und ein Pilz. Pilze. Ich sollte mal meinen Wecker ausmachen. Warum hast du einen Wecker um diese Uhrzeit gestellt? Weil ich gestern aufstehen durfte. Ach ja. Du wirst aufstehen. Und wenn ich so weitermache, bin ich 24 Stunden wach. Das will ich jetzt erst. In ungefähr knapp dreiviertel Stunde bin ich 24 Stunden wach. Also fühle ich mich auch schon so langsam. Behindert? Ach, behindert bist du. Das Zeug jetzt abbaue hier. Das ist bestimmt gechiselt, ne? Warum ist das Zeug gechiselt? Was? Das Zeug hier. Behindert mich. Andeside. Hier, dieses, äh, die... Das ist nicht gechiselt. Das kommt nur vom Chisel-Mod. Ja, warum kommt das denn vom Chisel-Mod? Ja, wolltest das nicht in Minecraft geben? Klar, gibt das doch in Minecraft. Ja, aber er ist aber 1.8. Aber er ist 1.8. Das Gesicht in die 1.8. Wo sind die Dinger? Na ja. Womit kann ich dann besser Mana generieren. Oh mein Gott. Mit Mana Blumen. Mana Blumen. Ja. Mit Mana Blumen. Würde ich jetzt einfach Stumpf behaupten. Ich muss rülpsen. Oh, ich hab ein Kohl. Okay, das waren anscheinend einfach echt diese Marble Bricks da. Würde natürlich jetzt lächerlich sein, ne? Wenn das jetzt so wäre. Ja, natürlich lächerlich, aber auf den tu ich es nicht. Nein. Hm. Ist ein bisschen komisch, aber na ja. Solange es läuft. Ist doch alles tutti frutti in Ordnung. Würdest du? Wenn du flame. Ja, man kann ja auch die Wasserblumen machen. Die hier auch Mana generieren. Genauso wie Lava Blumen. Was? 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 Anna nass. Anna trocken. Sie macht mir gern morgens Flocken. Hi. Oh, ein Crafter. Ja, mach du das doch bitte. Kannst du nicht. Jetzt ernsthaft nicht. Kannst du nicht. Zu faul. Oh. Wo muss ich das? Schwarz, die Setzlinge. Und... Oh, ich hab kein Aukbutt. Kannst du das auch machen? Dumm. Was? Mit dem Planter. Crafter wieder. Ja, mach ich da eben fix. Hallo? Was? Hallo? Also ich bin da hinten am Abbauen, ne? Sprengt da oben. Mach mich einfach weg. Wo ist denn der Crafter? Den hab ich. Ja, gib mal wieder. Lexi, hab ich schon mal sehen. Wolltest du nicht. Wolltest du mir sehen. Was? Willst du jetzt oder willst du nicht? Ach, ich... Nein, gib mir mein Schwert wieder. Scheiß, Alter. Du weißt aber, dass du den Input und... Dass du den Push geben musst oder... Ja, ja. Das andere weiß ich nicht. Blöd. Also, ein bisschen schon, aber nicht ganz blöd. Okay. Das muss in Gelb rein. Hm. Ja. 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 Ja... Ja... Ja, das war ja die. Glaube ich. Pink... Cian, Cian... Cian... Blue. Und Zombie, fick dich. Warum Zombie, fick dich? Der Zombie kann nichts dafür. Ja, weil die mich grad schlagen. Also mich nervt. Gut, würde ich auch machen. Lukrativ. Könnt ihr mal schlafen gehen bitte? Ne. Ich kann, ich kann grad nicht. Tut mir leid. Ich lieg. ETF liegt. Dankeschön. Nicht so viel schneller. Ob du dich lachen leid, hast du Arsch. Item Conduits leben lassen. So, wie war das? Mach doch die Ender Dinger. Ja, das sind doch Item Conduits. Zian, Zian. Heißen die Item Conduits? Heißen die Ender Conduits? Zian, Zian, Zian. Ender. Hallo? Meinen, die heißen nur Ender Conduits? Meinen, die heißen nur Item Conduits. Ja, du willst die mit... Mach doch die Item... Ah, die Item Conduits. Ja, okay. Under fluid. Ach, ich mach einfach Pipes. Und eine Punk. Ach, mach doch... Ja, okay. Pipes erstmal. Wir können doch Sachen machen. Lag? Nö. Doch, bei mir. Hm. Jetzt nicht... Boah. Keine Rückmeldung, fick dich. Nö. Wieder normal. Normal, normal werden, normal werden. Keine Rückmeldung. Nö, nö. Na, Centos? Ja. Und, wo ist es? Keine Rückmeldung? Hm. Und abgestützt. Sag dich ja. Na, Rostal ist in Ordnung. Nee. Bist bei uns aus dem Spiel. Ja? Ja. Ja. So, er plant da rein. Ja, er fängt an. Nice. Kann ich da wohl auch noch einen Erdbock hinsetzen? Okay. Lassen wir mal so laufen erstmal. Gucken wie er dann abgeht. Mal lang, warum mit einmal? Ist doch... Was machst du? Ja. Ich warte auf Glas für Pipes. Äh. Ich hab noch zwei Stück. Oh, guck. Was für Pipes? Was für Pipes? Hier. Guck mal her. WTF, guck mal hier. Da. 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 Und da. Da. Gebrauch ich nie. Unklar. Nimm doch einfach. Ich hab das Portal weggesetzt. Naja, dann lösche ich halt. Fuck. Ich wollte löschen. Ah. Wäääh. 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 So, jetzt erstmal das hier alles rein. Was ich brauche. Was machen wir denn fürn Boden? Alle. Schmeiß da wieder Dirt hin. Ey, ich hatte den halt grad da. Korrupt, korrupt. Korrupt, 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 korrupt. Ahhhh. Ich hab Hunger. Korrupt, korrupt. Ich könnte mir jetzt nen Lama Joom noch machen. Korrupt? Ja. Korrupt, korrupt. Wenn er hinlöst, hat sie das wie gesagt. Korrupt, korrupt. Korrupt, korrupt. Korrupt. Korrupt, korrupt. da sind die sticks die futter ja mal hier ist bei mir alle die tüte auch kein strom was hat kein strom ja mein krafter weil ich da kein strom angemacht hab ich hab noch ich kann wir können uns so ein ding bauen so ein frucht ding soll ich noch eins bauen ich mach noch so ein fruchti ich stell noch so ein fruchtgenerator her ein juicer oder was nein so ein fruchtgenerator ein fruchti pufti nein das problem ist einfach nur ich hab keine kabel wofür brauchst du denn ich hab nur eins hatte ich mach eben noch welche ich brauche dafür wetstone glas haben wir glas ein glas und lied haben wir glaube ich da hinten noch ein glas und das andere jetzt spinnt euch wiederum mit keiner meinung da werde ich einen kurzen cut machen hier ist da noch glas hier strom pips ich glaube alle pips aufgehoben äh pips in diesem lach warte da war ein lach hast du aufgehoben ne ah dann nehme ich es jetzt mit schlatter das ist